Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder euer Jan und willkommen zu einem frei für alle auf Hijacked mit der Golden Vector. Im Titel könnt ihr es schon lesen, es ist ein 30 zu 0, also ein flawless frei für alle auf Hijacked und sogar noch im Black Ops 2. In Black Ops 2 ist es ziemlich schwierig ein flawless frei für alle hinzubekommen und allgemein ist Black Ops 2 viel schwieriger als die anderen Call of Duty Teile. Zumindest kommt es mir so vor unter einem Großteil. Manche können natürlich sagen, dass Black Ops 2 einiges einfacher ist. Ich möchte heute mal in diesem Kommentar euch Tipps und Ticks geben, um einen frei für alle zu gewinnen bzw. ein ziemlicher Pro in frei für alle zu werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der allerbeste frei für alle Spieler bin, aber 90% der frei für alle Spiele gewinne ich mit einer KD von über 2,0. Also nicht nur KD von 2,0 sondern ich gewinne diese auch. Viele dieser Tipps kann man auch auf die anderen Call of Duty Teile unfrei für alle übertragen. Das ist aber nicht immer zwingend so, denn die Spawnsysteme bzw. das Spawnsystem und die Spawns in Black Ops 2 haben sich extrem verändert. Das ist natürlich von Call of Duty zu Call of Duty verschieden, also das Spawnsystem, aber in Black Ops 2 hat man jetzt den größten Unterschied gemerkt. Also erstens die Maps sind kleiner, zweitens das Spawnsystem hat sich wieder rapide verändert. Und was ich da schon mal sagen kann, zockt die Maps bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ich sage jetzt mal, jede Map mindestens fünfmal gezockt und ihr solltet dann immer im Hinterkopf behalten, dass ihr euch die Spawns merken müsst. Also immer wo ihr spawnt, merkt euch diesen Platz, damit ihr dann später die Spawns kontrollieren könnt. Wie man das macht, das erkläre ich euch jetzt dann gleich. Um die Maps nach einer Zeit wirklich gut kennenzulernen und sie auswendig zu können, solltet ihr nicht campen, oberste Regel nicht campen, zweite oberste Regel nicht rushen. Das ist das allerblödeste, was man machen kann. Die Leute wollen auch keine Rush-Gameplays sehen, weil das einfach nur total behindert ist. Da läuft man hirnlos auf dieser Karte rum und da die Spawns in Black Ops 2 wirklich so unberechenbar sind, ich betone es nochmal, kein rushen, kein campen, das sind wirklich zwei Todfeinde für einen frei für alle Gewinn. Das logischste und das klügste wäre, einen Bereich zu patrouillieren und dieser Bereich sollte am besten aus sagen wir drei bis fünf Spawnpunkten bestehen und dieser Bereich sollte auch bis zu drei Wege besitzen bzw. vier Wege durch die Gegner einen erwischen können. Am Anfang müsst ihr euch wirklich dessen bewusst sein, dass ihr nur in diesem Bereich sein dürft. Mit der Zeit verinnerlicht ihr das dann und dann bleibt ihr auch automatisch in einem bestimmten Bereich, also ich selber denke jetzt nicht beim Zocken, ich muss in diesem Bereich bleiben und bestimmte Spawnpunkte kontrollieren. Das habe ich einfach dann schon im Blut, das habe ich dann schon verinnerlicht. Also mit der Zeit, wenn ihr so spielt, verinnerlicht ihr das und ihr dürft natürlich nicht immer nur in einer Gegend, in einer Spawn-Gegend bleiben. Vor allem nicht, wenn ihr dann von allen Gegnern wirklich gerusht werdet, dann solltet ihr wirklich den Bereich wechseln, das heißt eine bestimmte Route einschlagen, einen bestimmten Weg, der euch von dieser Gegend wegführt und zu einem neuen Punkt bzw. zu einer neuen Gegend, zu einem neuen Bereich, der wiederum aus drei bis fünf Spawnpunkten besteht und diesen dann erneut kontrollieren. Das könnt ihr natürlich während eines laufenden frei für alles machen, nicht nur wenn ihr zugerusht werdet. Also das kann man natürlich auch machen, entweder nur einen Bereich bewachen oder verschiedene Bereiche bewachen, indem man halt währenddessen, während das frei für alle läuft, immer zwischen diesen Bereichen hin und her wechselt. Was sich seit den anderen frei für alle bzw. andere Call of Duty Teilen und den anderen frei für alle Modi, das sind ja jetzt verschiedene Modi fast schon, verändert hat zu Black Ops 2 ist auf jeden Fall, dass man den Schalldämpfer nicht mehr unbedingt benötigt in Black Ops 2. Also Modern Warfare 2 war das schon ein wirklich extremer Vorteil, wenn man den Schalldämpfer dabei hatte. Black Ops 2 ist es nicht mehr so, die Apps sind einfach sehr anders gebaut und die Spawnpunkte sind viel näher an einem dran, also die sind sehr aneinander geschoben, sehr zusammengepresst. Zu den Killstreaks, nehmt euch wirklich niedrige Killstreaks mit, also ich habe zwar vorhin gesagt, ich kann euch jetzt nicht wirklich gute Killstreaks empfehlen, nehmt aber niedrige mit, die UAV ist auf jeden Fall hilfreich. Hoffentlich hat euch das Video gefallen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, denn das hilft einfach diesem Video, dass es nicht untergeht und dass meine Arbeit ein bisschen gewürdigt wird und ich hoffe einfach mal, wenn es euch gefallen hat, dann wäre es auch schön, wenn ihr einen kleinen Klick da lasst, also einen Daumen hoch. Ja, das war's von mir, man hört sich, Servus, bis zum nächsten Mal. Mal. Mal.